Gleittritt durchs Fenster und genau das wären wir jetzt da. Mit voller Power stürmen wir hier an. Jawohl! Und genau ins Kreuz! Jawohl! Lass du auf mit dem blöden Samurai hier! Den Feierlöscher haben wir gefangen und zurückgeschickt, wo er hergekommen ist. BAM! Ja, das hat Wetter, weiß es. Das hatte doch glatt deinen Giftgasfilter bis zu den Mandeln geschmissen. So, was läuft denn da ab? Na servus, was werden denn da? Skelette, Knochenteile, na bumm. Da geht es echt nicht durch, wir müssen da entlang. Na ja, so nicht, wenn da rotes Licht ist. Dann kommen wir da nicht wirklich hinein. Also haben wir wahrscheinlich wieder einmal ein Rätsel vor uns. Aha, na schau, das schaut ja schon ziemlich baufällig aus da. Da werden wir unser Betsy Spray verwenden. Mit der Joke, wenn man sagt. BAM! Und wir haben uns da... Gentlemen, aufgepasst! Unser ehemaliger Freund Mr. Stag versäumte es, den Cloudburst aufgeladen und einsatzbereit zu halten. Wir müssen das nun selbst erledigen. Ich brauche Leute in der Biotechnik, die Energiezellen zum Apparat bringen und ich brauche noch mehr Leute, die sie beschützen. Enttäuscht mich nicht. Okay, 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 okay. Oben ist nichts, drauf gehen wir nicht. Entschuldigung. So, nochmal kurz räuspern. Wie geht's da weiter? Was haben wir da für eine Konsole? Da können wir nichts tun, da können wir nichts tun. Luft-Schiff-Stabilitätsspanne haben wir bereits überbrückt. Ist schon wieder in unserer Hand. Entschuldigung. Name it, well freeze it. Blüthäven, okay. Ich kann wieder hin und her kippen, das ganze Vehikel. Aber im Moment sehe ich nicht, was es mir bringen sollte. Biohazard, das ist vielleicht jetzt nicht gerade die idealste Voraussetzung zum Kippen von dem Vehikel. Wir werden es einfach einmal probieren. Ah, da drinnen tut sich etwas mit Kisten. So. Und nochmal. Na bitte. Wer sagt's denn? Das hat zwar den Abgang gemacht, die Kisten da unten. Ich hoffe, da unten steht niemand. Ja und aber. Nun ist das Fensterchen kaputt und wir haben Zugang. Na herrlich. Habe ich vorher nicht gesehen. Scanne Trophäen, die zur Zeit nicht erreichen kannst, um sie auf der Karte zu markieren und später abzuholen. Halte X. Position der Trophäe scannen. Position hinzugefügt, okay. Das heißt, er sagt mir jetzt schon, dass ich so und so dort nicht zu bekomme. So, da kann ich jetzt sprengen. Okay. Und dann müssen wir noch schauen. Ich muss jetzt kurz... Moment. Immer so schön bei Live-Aufnahmen, wenn sich der Kater meldet, wenn er Hunger hat oder aufs Klo muss. Und da bei mir die Tür zu ist, weil ich ungestört mit euch zocken möchte, stellt er vor der Zukunft eine Tür und regt sie natürlich fürchterlich auf, was am Mauzen zu hören ist. Entschuldigt bitte. Ich habe ihm gerade den Weg geebnet zur Katzenkiste. Es sollte wieder alles passen. Schauen wir mal, ob wir da durch die Tür durchkommen. Natürlich nicht. Dann haben wir da noch was mit unserem Spray. Können wir wahrscheinlich da wieder aufsprengen, aber bevor wir das machen, da ist ja auch noch ein Gang. Zugriff auf Forschungsdaten, Nutzer-ID, Stack, Simon, 29. Oktober. Die überarbeitete Formel funktioniert perfekt. Das Gas durchdringt Kleidung und wird problemlos durch Haut und Augen absorbiert. Gasmasken sind zwecklos. Die Resultate sind grausam. Zusammen mit dem Cloudburst ist das Potenzial enorm und lukrativ. Doch Dr. Crane hat kein Interesse an Geschäftschancen. Er will all unsere Arbeit vergeuden. Meine Arbeit für einen Rache-Akt. Es ist Zeit, die Zusammenarbeit zu beenden. Ich sollte Gotham verlassen, bevor er zurückkehrt. Leerstaste auf Stacks Forschungsergebnisse zugreifen. Die überarbeitete Formel funktioniert perfekt. Das Gas durchdringt Kleidung und wird problemlos durch Haut und Augen absorbiert. Gasmasken sind zwecklos. Die Resultate sind grausam. Zusammen mit dem Cloudburst ist das Potenzial enorm und lukrativ. Doch Dr. Crane hat kein Interesse an Geschäftschancen. Er will all unsere Arbeit vergeuden. Meine Arbeit für einen Rache-Akt. Es ist Zeit, die Zusammenarbeit zu beenden. Ich sollte Gotham verlassen, bevor er zurückkehrt. Zugriff auf Forschungsdaten. Nutzer-ID Starck Simon. 20. September. Bitte! Er soll aufhören! Die Menschenversuche führten nicht zum erhofften Durchbruch. Ich will nach Hause! Ich will nach Hause! Der Cloudburst funktioniert perfekt. Auch wenn ich das zeitweise vor Dr. Crane verheimlicht habe. Ich muss erst seine Formel vervollkunden. Das sind also die verschiedenen Containment-Phasen dokumentiert. Zugriff auf Forschungsdaten. Nutzer-ID Starck Simon. 2. Oktober. Patient Nummer 4. Zwei Wochen nach dem Kontakt. Wie geht's uns heute, Daniel? Daniel, würden Sie gern nach Hause? Ah! 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 Leichte Panik? Dauerhafter Schaden? Ah! Ah! Das reicht nicht. Der Psychopath, der Stecker. Ah! 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 Angsttoxin kann gefährlich sein für Sie und Ihre Nächsten. Zu langer Kontakt mit Angsttoxin kann Phasen mit extremen psychologischen Traumata hervorrufen. Ich sage dir, Bats, Sie lassen das Zeug echt immer besser und besser klingen. Okay. Kann ich da jetzt zugreifen auf Forschungsdaten oder nicht? Irgendwie... Na? Nö. Zugriff auf Forschungsdaten. Nutzer-ID Starck Simon 14. Oktober. Endlich Ergebnisse! Nein! Nein! Genau genommen mussten wir den Patienten fixieren. Nicht wahr, Mr. Huxley? Ich mache euch kalt! Euch alle! Ja! Mhm! Naja, der hat also da seine Experimente gemacht auf diesen Flug, auf diesen Zeppelin da. Da war er ungestört in der Luft natürlich. Er hat seine eigenen Quarantäne-Labore aufgebaut. Oh Gott! Ich wundere mich, dass überhaupt was betoniert ist auf einen Zeppelin. Knust- assassination! No sowas! Was ist denn... Was ist denn da? últi ねur in der Luft steht ein 함her? Ja, der wird auch wieder ganz lossetzen. Der ist ja wieder voll und ganz seine Handschrift. Fragezeichen links herum oder rechts herum wird zur Stabilisierung von Luftschiffcontainern verwendet manipulierbar mit Distanzhacking Gerät. Das habe ich doch eh schon. Ich kann doch jetzt auch schon kippen. Aber es bringt halt nix. Ah, der da oben ist wieder. Da dahinter ist ein Eingang, was ich sehe, aber... ... 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 Nicht leid. Aber wenn Scarecrows Toxin in diese Zelle strömt, dann wird es dir leid tun. Oh Gott, nicht. Ich habe gesehen, was das mit deiner Macht. Hilfe! Irgendwer! Wenn ich den Mann mit der Minigun ausschalte, erweckt das nur Aufmerksamkeit. Ich kümmere mich später um ihn. Okay, wir müssen den Cloudburst aufladen und wir dürfen Meldwein nicht zu vollkommen lassen. Wenn ihr bei einer von den beiden Aufgaben versagt, brauche ich höchstpersönlich dafür, dass ihr zusammen mit Steak Gas schnüffeln werdet. Ich möchte nur noch vorher da anschauen, was da aufgegangen ist. Aha. Na gut. Wir haben wieder ein Riedler-Trophäe. Was wollen oder nicht, wir haben es wieder freigeschalten. Identifizierung bestätigt. Guten Abend, Mr. Frank. So. Ähm. Unser Werk ist fast vollendet. Meine Kalibrierungen sind beinahe abgeschlossen und der Cloudburst fast aufgeladen. Versorgt mich bis dahin weiter mit Energiezellen. Wenn er wiederkommt, müssen wir bereit sein. Oh, das bin ich. Ich werde den Freak mit Blei vollpumpen. Dann können wir da nicht geräuschlos rausschalten. Oh ja, das machen wir jetzt. Oh. Er zieht sich hoch, bittet ihn. Oh. Oh. Sieh in der nächsten Station. Lachen Hilfe. Oh. 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 Jetzt bei der Quarantäne-Kammer! So! Jetzt ziehst dich hoch! Finde ihn! Hier, nach drüben! So! Der Tierland! Tierland, da drüben! Erst! Jetzt ring doch einmal da, du blödes Fledermausviech! Was der immer für Kunststücke macht, für den Tod, was er mir sagt. Nicht mehr. Das kann nur eins bedeuten. Uns geht die Zeit aus. Sind wir bereit? Noch nicht. Der Cloudburst muss weiter aufgeladen werden. Das müssen wir woanders machen. Evakuierung vorreiten. Du musst mich hier rausholen! Die sind wahnsinnig! Du hast mich angelogen. Du hast eine letzte Chance, Deck. Eine. Ich... Ich... Okay, okay. Hör zu. Scarecrow kam zu mir. Er brauchte meine Hilfe mit dem Cloudburst. Wozu dient er? Nein! Nein, nein, nein! Lass nicht zu, dass sie mich berühren! Der Cloudburst, Deck. Welchen Zweck hat er? Ich... Sie sind überall auf meiner Haut! Du... Sie kriecht auf meinem Gesicht rum! Ich sollte dich deinen Albträumen verlassen. Ja, so kann man einen natürlich auch aus der Traumwelt zurückholen. Ist natürlich unangenehm, zuerst einmal so eine Kralle mitten in die Brust zu kriegen und dann mit dem Hirn einer Folge gegen die Eisenstäbe. Aber okay. Es hat uns ausgenockt. Nehme ich mal an. Lebt der noch, oder? Was hat denn der für Vital-Zeichen? Bewusstlos. Ja. Bewusstlos. Zustand 54 Wertschläge pro Minute. Simon's Steak, okay. Damit hat er zumindest einmal jetzt... Leidet er nicht an diesem Gift vom Scarecrow, wenn er nicht mehr bewusst sein ist. Okay. Wir müssen aber irgendwo hier weitermachen. Vorher machen wir wieder eine kleine Pause. Ihr könnt eure Rationen auffüllen mit Chips und Getränken und vielleicht auf die Toilette oder der eine oder andere natürlich auch Rauchpause. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Na sie denn? Wir müssen Sie aber weiter teraz reineignen,